So, wir haben jetzt Montagmorgen. Ich habe jetzt noch gut eine Woche Zeit, das Drehbuch zu schreiben und daran werde ich mich jetzt direkt mal setzen. Hier einmal Word öffnen. Ich will es mir jetzt nicht allzu schwer machen. So, wir haben jetzt Freitagabend, 21 Uhr. Morgen soll das Video rauskommen und ich muss mich jetzt noch wegen des Drehbuchs ein wenig beeilen. Muss auch noch drehen, das Video schneiden und hochladen. Also ich glaube, das wird jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay, als Oberthema schon mal Video. Worüber soll das Video gehen? Über Comedy. Okay, also das habe ich schon mal. Das sind schon mal gute Einsatzpunkte. Ja? Ein Intro willst du haben? Ja, könnte ich? Ja, man. Ich kann das theoretisch jetzt machen, ja? Also ich muss mich jetzt zwar noch um mein Drehbuch kümmern, aber dein Intro hat auf jeden Fall Vorrang, ja? Ich setze mich jetzt da dran. Achso, kein Template. Fertig. Ein Video willst du auch noch geschnitten haben? Schnittprogramm am Arsch. Okay, ja. Zwei Stunden Zeit. Du brauchst noch ein neues Kanal-Design. So, fertig. Aber jetzt muss ich mich wirklich um mein Drehbuch kümmern, weil ich muss ja noch drehen und schneiden. What did you say? What do you say? What do you say? What do you say? What do you say? Ah, ich liebe das Video. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Ich habe schon Rap, ich liebe das несbettenente Arsch. Ich höre. Okay. Dat Åsch. So, ich mache das. Ich möchte, also. So, ich mache. Make das. Ich glaube, das mit dem Brevo reicht schon aus, also den Rest kann ich ja improvisieren. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal eine klare Struktur geschaffen für das Video, ist ja klar.